Ich hab ihn, ich hab ihn Einer, denk ich, ne? Oder hast du ihn? Ja, hab noch einen, hab zwei Nice, da hier ganz hinten ruf noch einer Okay, mach jetzt Ah, fuck Ich weiß nicht wo, der ist close Der ist relativ close Weg ich crawl rüber Oder runter Ich hab ihn, ich hab ihn Also einen hab ich auf ihn Noch einer Ja man Baby Junge Jane Doberek meine Freunde Was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel Spaß beiseite, reden wir mal normal hier Heute zeige ich euch die STG Für mich So ein kleiner Unterschied Zur Penisgröße eines kleinen Jungen Könnte meiner sein, was? Nein Spaß Ah, scheiß drauf Wir machen das Intro weiter Junge, was laber ich da? Also so ein Stück STG ist minimal schlechter als die Roboter Finde ich Allerdings, wenn ihr mit der Roboter nicht klarkommt Was ich nicht denke Weil die Roboter ist geisteskrank Die STG ist so ein Stück schlechter als die Roboter Würde ich persönlich sagen Aber beide Waffen sind auf dem gleichen Level Und hiermit zeige ich euch meine STG Highlights Und am Ende gibt es ein klasse Setup zu diesem Video Also bleibt bis zum Ende dran Damit ihr wisst, wie die STG lasert In den Highlights werdet ihr es aber schon sehen Viel Spaß euch Lasst ein Like da, lasst ein Abo da Ich küssse euer Herz Euer Herz Könnte ein ganzes Team sein Könnte einer sein, der gerade hier rutsch bin Oh, nice Uh, der ist Der ist auch gegen den Haus geflogen Der Typ, der war Der Typ, der war Der Typ, der war Der Typ, der war All you to stop Das ist ein Maschallabier Loben Der gegenüber dir ist einer Über Passt auf Kommst du mich? Dann haben wir die die kommt ab Da waren zwei Die kommen der Acht Hör doch Geht halt so One Shot Die Acht Ist ja nicht ein Totsotototot Ja Alter Links, links Neitz bei Você Ja Ja Wo ist er weg? Ich mach Drohne, ich mach Drohne Ja mach, mach Okay, da Einer ist über uns, drei gelandet Okay, die gehen weg Ich jage den Kollegen, meine Jungen Ich hab einen hier oben noch Die sind überall Gegner, ne, by the way Ja, Jungen Ajan, drop mal dein Geld da Aber, drop mal dein Geld Komm hier, komm her Ach, Digga Hä? Durchband? Ja, Spiel Ja, du Bisser Ich hab ihn Ah, ich wurde von irgendwo genug, von links Link zu links Need help, help help Nein Von hinten, von hinten Okay Okay, nice Oh, Schläger Okay, ich bin drauf Ich weiß nicht wie, aber Oh, she break Na, ich bin so dumm Ich hab links Eine Shotgun Und eine UIV Just saying Na, dieses Scheiß mit der Zone Müssen hier die zwei Bones killen Einer move schon von denen hierhin Ja, ich hab mich Dings fallen gelassen Dann kann ich die bisschen von hinten ziehen Ich hab Drohne nochmal gemacht Geh drauf Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Keineres One-Hit, Digga Döcke reden ohne Scheiße, die sind über uns Die snipen schon mal Ein Knock, ein Knock, ein Knock Den Snipe hab ich knocked Ich Ey, sind beim Haus, ne? Ja Sind die auf dem Dach gewesen? Wo ist sie oder wo? Ich weiß es nicht Also den Sniper war auf dem Berg Nee, die sind schon auf dem Dach Die sind schon auf dem Dach Ich muss dich hier nicht hochkommen, Digga Geh ran Der andere ist immer in der Hütte gegenüber Einer dabei gegenüber Hier ist noch nicht bei einer, pass auf Na, hier ist das Team weg Der andere ist hier Der andere ist hier Der andere ist hier Also dort ist der andere Wie ist die Ere, die anderen haben? Ja, herrschen Junge, Mann, piss dich. Auto ist in dem Auto. Hier rechts, 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 ja. Wo ist denn der Shop? Ich hab ihn einfach gewollbankt. Ich hab ihn gewollbankt. Hast du ihn gefickt, du bist? Ja, ich hab ihn gefickt oben. Aber das müsst ihr noch holen. Und kauft euch alle selbst. Solange Fire Sale ist. So, Will, war ne Menge Zeug. Kurs den Lodi mit Fire Sale. Ja, immer noch 10k. Da sind welche Dubs, denn pass auf, da ist einer noch reingelaufen. Digga, das gibt's jetzt nicht. Oben auf dem Dach. Hab ich. Oh Leute, MG 82. Boah, die STG ist so geil. Das kannst du jetzt aber wirklich niemand mehr sehen. Danke sehr. Cheat Break. Von wo? Da, mach ich. So. Kommen wir jetzt auch schon zum Klassen-Setup. Wie spiele ich die STG? Die STG spiele ich genau so. Mündung MX Schalldämpfer. Lauf VDD 760mm 05b Lauf. Visier G16 2.5. Schafzock ich den VDD 34S beschwert. Schafzock. Ähm. Ja, ich zeig euch den mal, weil er meine Kämpfer ist. Also im Großen und Ganzen gehe ich auf Präzision und Rückschusskontrolle wohl, wenn ihr das seht. Unterlauf zeug den Schnitzer Vordergriff. Magazin den 60, äh die 60 Schusstrommel. Munition Brandmuni. Ich zocke die Brandmuni radikal. Ich zocke sie nicht immer, aber diesmal zocke ich sie. Griff, den Holstergriff. Extra vital. Könnt ihr aber auch Fokus reinmachen. Ist natürlich auch sehr, sehr geil. Und dazu zocke ich voll geladen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Oh. 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 Oh.